Die Verwandlung ist eine Erzählung von Franz Kafka, die 1915 veröffentlicht wurde. Die Handlung folgt Gregor Samsa, einem jungen Mann, der plötzlich in ein Insekt verwandelt wird. Zu Beginn des Romans ist Gregor Samsa ein junger Mann, der als Reisender für eine Handelsfirma arbeitet. Er lebt alleine in einer Wohnung und fühlt sich von seiner Arbeit und seinem Leben eingeschränkt. Eines Morgens wacht er jedoch auf und stellt fest, dass er sich in ein Insekt verwandelt hat. Er ist entsetzt von seiner Verwandlung und versucht, sich an seinem neuen Körper und seinen neuen Bedürfnissen anzupassen. Gregors Familie reagiert entsetzt auf seine Verwandlung und ist nicht in der Lage, mit der Situation umzugehen. Sie sperren ihn in seinem Zimmer ein und ignorieren ihn weitgehend. Gregor versucht, sich mit seiner Familie zu verbinden und ihnen zu helfen, aber seine Bemühungen werden abgewiesen. Schließlich stirbt Gregor an seiner Verwandlung und seiner Isolation. Seine Familie trauert um ihn, aber es scheint, als hätten sie ihn bereits vergessen und sich auf die Zukunft konzentriert. Die Verwandlung ist eine bemerkenswerte Erzählung, die sich mit Themen wie Einsamkeit, Isolation und Veränderung befasst. Sie zeigt auf eindringliche Weise, wie sich Veränderungen auf eine Person und ihre Beziehungen auswirken können und wie schwer es sein kann, mit Veränderungen umzugehen. Eine Interpretation von die Verwandlung könnte sich auf die verschiedenen Themen und Symbole im Roman beziehen und versuchen, die tieferen Bedeutungen hinter der Handlung und den Charakteren zu ergründen. Ein möglicher Ansatz könnte sein, Gregors Verwandlung in ein Insekt als Metapher für die menschliche Einsamkeit und Isolation zu betrachten. Gregor lebt alleine und fühlt sich von seiner Arbeit und seinem Leben eingeschränkt. Seine Verwandlung in ein Insekt könnte als Symbol für seine Einsamkeit und seine Distanzierung von der Welt und seinen Mitmenschen gedeutet werden. Auf einer tieferen Ebene könnte die Verwandlung von Gregor auch als Metapher für die menschliche Vergänglichkeit und das Unvermeidliche des Todes angesehen werden. Gregor stirbt letztendlich an seiner Verwandlung und seiner Isolation, was als Symbol für die Vergänglichkeit allen menschlichen Lebens und die Einsamkeit des Todes gedeutet werden könnte. Insgesamt zeichnet sich die Verwandlung durch seine tiefgreifenden Einblicke in die menschliche Psyche aus und bietet viele Anknüpfungspunkte für Interpretationen und Deutungen. Es bleibt eine berührende und eindringliche Erzählung über die menschliche Natur und die menschlichen Schwächen. Franz Kafka war ein bedeutender Schriftsteller und Intellektueller des 20. Jahrhunderts. Er wurde am 3. Juli 1883 in Prag, Böhmen, dem heutigen Tschechien. Geboren und starb am 3. Juni 1924 in Kirling bei Kloster Neuburg, Österreich. Kafka war das zweite von sechs Kindern jüdischer Eltern und wuchs in einer wohlhabenden Familie auf. Er studierte Jura und arbeitete anschließend als Versicherungsangestellter, obwohl er sich immer mehr dem Schreiben widmen wollte. Kafka wurde vor allem durch seine Erzählungen und Romane bekannt, die sich durch ihre präzise Sprache und ihre tiefgreifenden Einblicke in die menschliche Psyche auszeichnen. Seine bekanntesten Werke sind Die Verwandlung, Der Prozess und Das Schloss. Kafka war ein sensibler und introvertierter Mann, der immer wieder mit Depressionen und Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatte. Er starb im Alter von nur 40 Jahren an Tuberkulose und hinterließ ein umfangreiches literarisches Werk, das bis heute weltweit gelesen und geschätzt wird. Der historische Kontext, in dem Franz Kafka liebte und schrieb, spielte eine wichtige Rolle in seinem Leben und seiner Literatur. Kafka wurde 1883 in Prag geboren und wuchs in einer Zeit auf, die von großen sozialen, politischen und kulturellen Veränderungen geprägt war. Prag war zu dieser Zeit eine multikulturelle Stadt, in der Tschechen, Deutsche, Juden und andere Ethnien zusammenlebten. Kafka selbst war jüdischer Abstammung und wurde von der tschechischen Kultur und Sprache stark beeinflusst. Zu Kafkas Lebzeiten war die Monarchie Österreich-Ungarn immer noch die dominante Macht in Mitteleuropa, obwohl es Anzeichen für den Aufstieg nationaler Bewegungen gab. Der Erste Weltkrieg und die anschließende Unterzeichnung des Versailer-Vertrags führten zu großen Veränderungen in der Region und prägten Kafkas literarische Arbeit. Insgesamt spiegelt der historische Kontext, in dem Kafka lebte und schrieb, sich in vielen Aspekten seiner Literatur wieder. Seine Werke thematisieren häufig Themen wie Macht, Unterdrückung, Einsamkeit und Vergänglichkeit und zeichnen sich durch ihre tiefgreifenden Einblicke in die menschliche Psyche aus.